Hallo, wir sind Jonas und Sophie. Wir machen gerade eine Ausbildung und sind im zweiten Lehrjahr. Ich werde Verkäufer. Und ich Kauffrau. Hast du dich schon mal gefragt, welche Rechte und welche Pflichten du als Azubi eigentlich hast? Wusstest du, dass es auch für den Betrieb, der dich ausbildet, gesetzliche Regelungen gibt, an die er sich halten muss? In diesem Kurs lernst du, welche Gesetze es für die Berufsausbildung gibt und was diese Regeln für uns im Alltag bedeuten. Wir werden dich durch diesen Kurs begleiten. Wir sehen uns also bald wieder. Bis gleich!